Im heutigen Film wird es gehen um das Eisenerzunternehmen Fortescue, um das australische Eisenerzunternehmen, das viertgrößte der Welt. So, es wird auch um 20% circa, wird es gehen um Wissen über Eisen und wir werden auch hier heute kräftig kalkulieren und rechnen. Und wie gesagt, 80% Fortescue fundamental und technisch. Die Idee zu dem heutigen Film hatte Brocken. Herzlichen Dank Brocken für die Idee. Und für deine eifrige Teilnahme hier und für deine eifrigen Beiträge. Es macht immer wieder Spaß mit dir hier zu diskutieren und auch so Ideen auszutauschen. Schönen Dank nochmal. So, das ist ja eine Fortführung der Reihe. Ich habe ja hier schon Vale behandelt und Rio Tinto und BHP. Und jetzt fehlt dann eben auch noch in dieser Reihe auf jeden Fall Fortescue und da hat mich eben Brocken darauf hingewiesen. Okay, so wer überhaupt hier Ideen hat für Filme, bitte immer schön melden. Ja, das werde ich gerne hier dann aufnehmen, wenn es denn einigermaßen passen sollte, was sehr wahrscheinlich ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe heute. Wirtschaft, Wissen, Theorie und Praxis. So, wir steigen gleich voll ein ins Thema. So, erstmal ein paar Fakten zum Eisen. In der Erdkuste finden wir ca. 5% Eisen. Das liegt aber jetzt nicht in der reinen Form vor, wie wir gleich sehen werden, sondern ist immer hier in einem Eisenerz gebunden an Sauerstoff oder Schwefel. Werden wir uns gleich anschauen. So, wir sehen jetzt hier mal eine Open Pit Eisenerzmine. Ja, so sieht das aus. Das wird jetzt hier so stufenförmig. Wird das in die Erde hier reingefräst und abgebaut. Und hier unten haben wir dann so eine Lacke, würde ich mal sagen. Ja, das ist hier so braune Suppe. Also, das ist hier alles kein Kindergeburtstag. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel mal einen, das war hier im Jahr 2019 in Brasilien. Ja, ist im Bergbauunternehmen Vale. Beispiel ist hier ein Damm gebrochen, ja, und da gab es also tragischerweise 180 Tote. Ja, wurde hier massenweise hier Infrastruktur auch mitgerissen und das ist also wirklich kein Kindergeburtstag. Ja, also muss man auch immer daran denken, ja, an die ganzen Umweltschäden, die da angerichtet werden und was man da auch der Mutter Erde so antut. Aber okay, das ist eben, das ist eben die, unsere Zivilisation, ja, und unsere wirtschaftliche Entwicklung. Okay, aber immer, man muss immer darauf achten, dass die Schäden natürlich da so gering wie möglich gehalten werden, ja. Hier sehen wir mal hier den finanziellen Einfluss dieses, dieser tragischen, dieses tragischen Unfalls hier bei Vale. Ja, das hat also circa, was hat das gekostet? 8 Milliarden, ja, 8 Milliarden hat das circa damals gekostet. Hier auf jeden Fall ist hier das Nettoergebnis von 6,9 Milliarden 2018 und dann auf minus 1,7 Milliarden 2019 hier zurückgegangen. Unter anderem auch aufgrund dieses Vorfalls eben. Okay, das nur anbei. So, jetzt schauen wir uns mal hier den Eisengehalt im Erz an, ja. Ja, das ist das Eisen, das ist ja nie in reiner Form liegt das vor, sondern ist immer gebunden irgendwie an, hier jetzt in dem Fall beim Magnetit, ja. Auch genannt Magneteisen ist das gebunden an Sauerstoff, ja. Fe 3 O 4. O 4 der Sauerstoff, Fe das Eisen. So, und da ist jetzt hier in diesem Erz ist dann hier, das ist der Eisengehalt circa 74%. So, dann haben wir an zweiter Stelle kommt dann das sogenannte Hematit, also auch Blutstein genannt, wahrscheinlich hier wegen diesen roten Einschlüssen hier, wenn man hier jetzt alles täuscht, ja. Das ist jetzt hier Fe 2 O 3, also auch wieder eine Sauerstoffverbindung, Eisen und Sauerstoff, aber jetzt hier O 3 und nicht O 4 wie beim Magnetit. Und an dritter Stelle kommt Sidavid, das sogenannte Eisenspat, Eisenspat und da ist jetzt hier noch Kohlenstoff dabei, Fe 3 O 3, ja. Und das hat circa 50% Eisengehalt, das sieht dann hier so aus, ja. Also sehr, sehr unterschiedliche, würde ich sagen, hier Erscheinungsformen. Und dann haben wir schließlich noch das Pyrit, das sogenannte Katzengold, da ist dann hier eine Schwefelverbindung, ja, Eisen und Schwefel und auch noch Magnetkies, Fe S 2. So, da ist hier der Eisengehalt, der ist jetzt hier deutlich geringer hier und spielt dann hier auch beim Abbau, beim Eisenerzabbau oder beziehungsweise bei der Eisenverarbeitung dann eben keine allzu große Rolle. So, hier sehen wir mal die Förderung nach einzelnen Gebieten, ja, und am meisten Eisenerz wird gefördert in Australien, nämlich circa 35%. An zweiter Stelle kommt dann hier Brasilien mit circa 16% und an dritter Stelle kommt China mit circa 15%. Ja, und weltweit 2021 wurden gefördert 2,6 Milliarden Tonnen, also 2600 Millionen, das ist unglaublich. So, jetzt schauen wir mal, jetzt vergleichen wir mal die Förderung 2021 versus 10 Jahre früher, 2011. Und da sehen wir eben, dass aus Zahlen hier deutlich hier die Förderung angestiegen ist und in China ist die Förderung deutlich gesunken. Ja, und in Brasilien ist sie in etwa gleich geblieben. So, und der Eisenanteil im Erz, der ist eben in Australien und in Brasilien am höchsten und in China ist er am niedrigsten. Ja, hier sehen wir mal den Eisenanteil, wie er sich so über die Zeit so entwickelt. Und da sehen wir zum Beispiel hier jetzt mal die Vereinigten Staaten, das war hier 1920, hatten die noch einen Erzgehalt, also einen Eisengehalt im Erz von 46% und heute sind das nur noch 18%. Also spielt fast keine Rolle. In China war er auch mal hier bei circa 50% gewesen, so bis ungefähr 1990. Und ist dann hier rapide zurückgegangen, hier jetzt auf circa 30%. Und in Brasilien ist er eben hier auf diesem Niveau hier oben, das ist das Gelbe hier, äh, Brasilien, das ist Australien, Entschuldigung, Australien ist er auf diesem Niveau etwa geblieben, ja, circa 60%. Also, der Eisengehalt im Erz, der ändert sich natürlich im Laufe der Zeit, also er geht natürlich tendenziell immer weiter zurück. Ja, es wird also immer natürlich schwieriger, auch hier das Eisen aus der Erde herauszuholen und zu gewinnen. Ja, so, hier sehen wir jetzt mal den Anteil des Recyclings, ja, es werden also circa 600 Millionen Tonnen im Jahr auch an Eisen hier recycelt. Ja, Förderung 2,6 Milliarden Tonnen, Recycling 0,6 Milliarden Tonnen. So, und die hohe Stahlproduktion, und Stahl besteht ja überwiegend aus Eisen, ja, die findet in China statt. Ja, nämlich, äh, 1033 Millionen, das sind also eine Milliarde, eine Milliarde Tonnen werden also in China Stahl hergestellt. War also 2021 mit Abstand der größte Stahlproduzent. Jetzt von den Ländern her gesehen, ja, China. Ja, so, und jetzt kommen wir mal zur Kalkulation, ja, jetzt sagen wir mal, wir setzen uns mal in die Lage einer Controlling-Chefin bei Vale, ja, und sagen, die möchte jetzt wissen, ja, berechnen Sie jetzt mal die Anzahl der Eisenerzschiffe von Australien nach China pro Tag. Ja, und also hier, wir sind jetzt hier Controller, ja, wir kriegen jetzt die Aufgabe, wir sollen jetzt jetzt hier das mal berechnen, ja. Ja, und natürlich erst mal, erst mal hier, puh, was ist denn das jetzt hier für eine Aufgabe, ja. Und die Controlling-Chefin, ja, die wundert sich, warum wir jetzt hier puh sagen, ja, und warum wir uns jetzt hier echauffieren über diese Aufgabe. Das ist doch völlig klar, ja, wir haben hier Australien, stellt am meisten Stahl her, ja, produziert jetzt hier aber gar nicht so wahnsinnig viel Eisen. Also, da muss doch irgendwie dann das Eisen, ja, das Eisen muss doch irgendwie von Australien zum Beispiel, wo ja am meisten hier gefördert wird, irgendwie nach China geschafft werden, ja, und zwar per Schiff natürlich, ja, wie denn sonst. Also ist die Aufgabe ja gar nicht mal so abwegig, ja. So, das sind Aufgaben, die kommen im Controlling, kommen die täglich vor, ja, solche Berechnungen müssen hier täglich irgendwie angestellt werden. Das muss jetzt hier nicht auf die Tonne genau sein oder auf das Schiff genau, aber dass man ungefähr eine Vorstellung hat von den Größenverhältnissen, ja, das ist immer ganz wichtig. So, jetzt schauen wir uns mal hier so ein Eisenerz-Transporter, so ein Schiff mal an, ja, das ist hier zum Beispiel hier mal die Vale Beijing, ja, die sieht so aus, hat eine Kapazität von 400.000 Tonnen, kann die also laden, ja, das sind hier oben so ganz große Luken, die werden so aufgeschoben, da wird das Eisenerz dann reingeschmissen, dann werden die Luken wieder zugemacht, damit da keine Nässe reinkommt und dann schippern die eben mal von Australien nach China. Ja, hier am Anfang auch immer so in Hafennähe, begleitet hier noch von fünf Schleppern, das sind hier also wie Zen-Pötte. Ich habe mal einen in Hamburg gesehen, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ja, das sind unglaubliche Ungetüme, ja, die da hier im Wasser schwimmen, das glaubt man gar nicht. Also, jetzt wollen wir uns mal der Aufgabe mal hier annehmen, ja, also wir sagen jetzt mal, China fördert, ja, was fördert denn China? Das haben wir ja hier gesehen, ja, also wir haben jetzt hier insgesamt wurden also im Jahr 2021 2,6 Milliarden Tonnen Eisenerz gefördert und China hatte einen Anteil von 15%, ja, dann rechnen wir mal aus, 2.600 Millionen Tonnen mal 15% sind also 390 Millionen Tonnen Erz, ja, und weil der Erz, der Eisenanteil im Erz hier in China nur bei 32% circa liegt, ich habe mal mit 32% gerechnet, kommen wir also auf 125 Millionen Tonnen Eisen, die jetzt in China selbst gefördert werden, ja, 125 Millionen Tonnen Eisen. China erzeugt aber, wie wir hier gesehen haben, hier eine Milliarde Tonnen Stahl, ja, und das habe ich mal gesagt, das sind jetzt hier auch gleich eine Milliarde Tonnen Eisen, ja, ich habe also Stahl und Eisen jetzt in etwa gleichgesetzt, ja. Also man kann da nicht, man muss da nicht immer so wahnsinnig genau sein, ja, wir machen jetzt hier mal so eine Daumen mal Pi Berechnung, so. Jetzt ist natürlich, wie man sieht, ja, oder wie man berechnen kann, der Importbedarf von China beträgt jetzt hier eine Milliarde Tonnen, ja, was es hier herstellt, ja, minus diese 125, die es eben selber aus der Erde holt. Also muss es 875 Millionen Tonnen Eisen muss jetzt China importieren. Und es liegt ja auch völlig nahe, dass man das jetzt zunächst mal aus Australien holt, weil Australien ja am nächsten ist, ja, so als großes Eisenerzförderland, ja, liegt ja relativ nahe dran. Und da könnte man ja dann auf jeden Fall schon mal massenweise Eisenerz holen. Nämlich, so, Australien fördert, da haben wir jetzt wieder hier diese 2600 Millionen Tonnen, ja, die 21 insgesamt gefördert wurden, mal 35 Prozent, ja, ist gleich 910 Millionen Tonnen Erz. Ja, also 35 Prozent, das waren diese hier, ja, 35 Prozent des Eisenerzes werden in Australien sozusagen gewonnen. So, das sind also 910 Millionen Tonnen Erz, ja, und der Erzgehalt ist in Australien hier 60 Prozent, äh, der Eisengehalt im Erz ist 60 Prozent, sodass wir dann letztlich auf 550 Millionen Tonnen Eisenförderung in Australien 2021 kommen. So, und jetzt nehmen wir mal an, jetzt müssen wir eine Annahme treffen, wie viel davon jetzt nach China exportiert wird, würde ich mal sagen, circa 70 Prozent, ja, das ist jetzt auch wirklich nur so eine Annahme, ja, nehmen wir mal an, 70 Prozent nach China, also 550 Millionen Tonnen mal 70 Prozent, sind also 365 Millionen Tonnen Eisen, werden also von Australien nach China exportiert. So, jetzt nochmal, der Importbedarf von China an Eisen sind 875 Millionen Tonnen und Australien deckt davon 385 Millionen Tonnen, ja, wie wir jetzt hier gerade ausgerechnet haben. China muss also zusätzlich, ja, zusätzlich zu Australien muss es eben noch 490 Millionen Tonnen irgendwo anders her importieren, ja, Das ist auch noch ein riesengroßer Bedarf, der jetzt noch außerhalb von Australien eben irgendwie gedeckt werden muss. So, jetzt nehmen wir mal an, Australien liefert jetzt Eisenerz nach China, ja, nicht also 100 Prozent Eisen, sondern das Eisenerz, ja, dann nehmen wir hier diese 365 Millionen Tonnen, ja, und da, das ist ja Eisen gewesen, da müssen wir jetzt wieder Eisenerz berechnen, ja, und das ist dann der Faktor 1,7, ja, das, weil, weil ja, wir haben vorher gerechnet, 60 Prozent von dem Eisenerz sind Eisen, ja, und jetzt müssen wir umgekehrt den Faktor dann 1,7 nehmen, ja, damit wir von dem Eisen wieder auf das Eisenerz kommen, ja, das sind also dann 654 Millionen Tonnen Eisenerz, und diese 654 Millionen Tonnen teilen wir jetzt durch die Kapazität von diesem Schiff, von 400.000 Tonnen, ja, und dann kommen wir also auf 1635 Schiffe pro Jahr, und das sind dann 4,5 Schiffe pro Tag. Also, es müssen also 4,5 von diesen großen Pötten, es gibt ja nicht, es sind ja nicht alle so groß, ja, also wenn es wahrscheinlich dann noch ein paar mehr Schiffe sein als diese 4,5, auf jeden Fall haben wir jetzt mal so eine Vorstellung, 4,5, solche Riesenpötte müssen dann am Tag von Australien nach China fahren, ja, also jeden Tag starten in Australien 4,5 Schiffe. Okay, so, und das sagen wir jetzt unserer Controlling-Chefin bei Vale, ja, wir sagen jetzt hier 4,5 Schiffe von diesen großen da, ja, und die Chefin ist super zufrieden mit uns und sagt Danke, ja, und ist richtig happy, und da habe ich hier einen richtig tollen Controller hier eingestellt, ja, und der Controller, der freut sich natürlich. Okay, so, wenn du jetzt Interesse an Wirtschaft hast, ja, ich habe hier schon die Kurse gemacht, kannst du dir angucken, ja, unten im Anhang gibt es einen Link, ja, da habe ich zwei Kurse zur Wirtschaft gemacht, zur finanziellen Intelligenz einen Kurs, Controlling zwei Kurse und eine Börsenstrategie EMA 200 ist auch noch dabei, falls Interesse besteht, Links gibt es im Anhang. So, wofür wird denn jetzt hier das Stahl verwendet? Ja, da haben wir hier, ein Großteil wird im Bau verwendet, und dann an zweiter Stelle auch noch ein sehr, sehr großer Teil, auch natürlich im Automobilbereich. Dann kommen Metallwaren, dann kommt Maschinenbau, dann kommen also Pipeline-Ohre und so weiter und dann noch weitere Dinge. Also hier sehen wir mal die Verwendung, also hauptsächlich Bau und Auto. In einem Auto von 1000 Kilogramm circa, also von einer Tonne, sind also 600 Kilogramm Stahl enthalten, 90 Kilogramm Aluminium und 10 Kilogramm Gusseisen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird sich denn jetzt hier der Bau- und die Automobilbranche und die Baubranche weiterentwickeln? Ja, und das ist natürlich beides sehr stark konjunkturabhängig. Ja, und deswegen schwankt eben auch der Eisenbedarf sehr stark hier mit der Konjunktur. Metallwaren, Maschinenbau und Rohre ist natürlich auch noch spannend, wie sich das entwickelt. Also die große Fragestellung lautet einfach, wie werden sich denn diese Branchen hier und vor allem eben Bau und Auto hier in Zukunft entwickeln? Und ich würde sagen, Eisen, der Bereich Eisen, das ist jetzt nicht unbedingt der super Wachstumsmarkt. Er schwankt erstens mal sehr stark mit der Konjunktur, ist also sehr konjunkturabhängig und wächst wahrscheinlich langfristig mehr oder weniger mit der Bevölkerung, würde ich sagen. Aber ist jetzt hier kein brachialer Wachstumsmarkt und deswegen habe ich hier die Ampel mal auf gelb gesetzt. Ja, es ist also kein schrumpfender Markt, aber auch kein super Wachstumsmarkt, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Unternehmen an, die hier im Bereich Eisen unterwegs sind. Das sind jetzt hier die fetten Brümmer, sage ich mal. Ja, das ist also an erster Stelle Vale, dann kommt an zweiter Stelle Rio Tinto, dritter Stelle BHP und an vierter Stelle Fortescue. Dann kommt mit weitem Abstand Arcelor Metall und dann hier nochmal alle anderen. Ja, das ist aber jetzt hier dieser Markt, das ist jetzt hier, würde ich sagen, da gibt es schon einen sehr guten Wettbewerb. Es gibt zwar hier jetzt vier große, aber die haben zusammen nicht mal die Hälfte des Marktes. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier unbedingt ein ausgesprochener Oligopolmarkt ist. Also er geht so ein bisschen Richtung Oligopol, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Oligopol ist, weil nicht mal die Hälfte des Gesamtmarktes hier jetzt von den großen Fünfen hier beherrscht wird. So, es geht also jetzt um das Unternehmen Fortescue. Und bei Fortescue muss man aufpassen, da gibt es nämlich auch hier eine Tochtergesellschaft. Also das gibt einmal die Fortescue Metal Group, ja, das ist die FMG. Und dann gibt es auch die Fortescue Future Industries, FFI. Das ist eine Tochtergesellschaft von der FMG. Okay, die hat aber auch hier einen eigenen Internetauftritt, wie wir gleich nochmal sehen werden. Und die beschäftigen sich also mit Wasserstoff, weil ja Fortescue möchte klimaneutral werden, ja, und investiert da jetzt eben auch in Wasserstoff, um seine gesamte Supply Chain eben auf grün umzustellen, auf klimaneutral umzustellen. So, jetzt hier mal ein Factsheet zu Fortescue. Fortescue hat das Geschäftsjahr 30.06. Ja, die haben also schon das Geschäftsjahr 22 abgeschlossen am 30. Juni. Hier ein Factsheet. Also Nummer 4 von den Eisenerzunternehmen, ja, das viertgrößte, sitzt in Perth in Australien. Perth, das ist hier im Westen von Australien. Ja, und so sieht das hier aus. Also ich würde sagen, ein sehr, sehr schöner Badeort auch, ja. Ja, da würde man auch gerne zum Baden hinfahren, glaube ich. Okay, gegründet wurde Fortescue 2003. Geschäftsfeld ist, wie gesagt, Eisenerz. Mitarbeiter circa 4.000 Umsatz 2022, ja, 17,4 Milliarden US-Dollar, hört, hört. Und Nettogewinn 6,2 Milliarden US-Dollar. Da schlackert man mit den Ohren. Das sind 36% Umsatzvendite, ja, das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. So, jetzt schauen wir mal einen ganz kurzen Blick, ja, wirklich nur ganz kurz hier in die Homepage, ja. Das ist also hier jetzt die Homepage von Fortescue. So sieht die aus, ja, wunderschön gemacht alles, ja, sehr tolle, hier plakative Bilder, ja. Das macht richtig Spaß, sich das auch anzuschauen. Hier sehen wir mal so ein Eisenerzunternehmen hier, einen großen Lastwagen. Und eben diese Lastwagen, die werden jetzt hier so nach und nach alle auf Wasserstoffbetrieb umgestellt. Ja, zum Beispiel auch die ganzen Produktionsanlagen und alles Mögliche halt. Alles, was halt irgendwo Energie braucht, das wird jetzt hier auf Elektrik und auf Wasserstoff nach und nach umgestellt. So wie ich das verstanden habe. So, diese Seite sieht hier wirklich sehr, sehr schön aus. Also schöner kann man es eigentlich fast nicht machen. So, jetzt gehen wir mal hier ganz kurz nochmal hier in die Operations, ja, da kommt man dann hier auf diese Seite. Da sieht man jetzt hier die Operations und der hat eben hier im, das ist jetzt hier im Nordwesten, im Nordwesten von Australien, besitzt Fortescue 88.000 Quadratmeter Land. 88.000 Quadratkilometer, das ist heftig. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel Vale oder als Rio Tinto hier oder auch als BHP hier besitzt. Ja, und zwar ist das hier das Gebiet Pilbara. 88.000 Quadratkilometer ist also zweimal so groß wie die Schweiz, ja. So, und da finden wir dann eben verschiedene Hubs. Das sind hier die Hubs Chichester Hub und Solomon Hub und Western Hub. Die sind hier alle in diesem Gebiet hier im Nordwesten von Australien, findet man die hier, ja. So, darauf wollte ich nur nochmal kurz hinweisen. Also, das ist unter diese Seite, kann man sich super gut angucken, das macht sehr viel Spaß. So, und jetzt gibt es hier eben noch, und das ist jetzt hier Fortescue Future Industries, ja. Da geht es jetzt hier um Wasserstoff, ja. Die haben sich hier, die haben ein, so wie ich das hier gelesen habe, haben sich die, da gibt es ja diesen Formel 1 Rennstahl Williams, ja. Und die hat eine Sparte, die beschäftigt sich auch mit Elektromotoren und mit Wasserstoff und so weiter. Und da, diese Sparte von Williams, da haben sie sich eingekauft, ja. Und jetzt wollen die eben diese Riesenlastwagen, ja, die bauen die jetzt hier sozusagen um, auf, hier auf Wasserstoff und auf Elektrobetrieb, ja. Um eben, wie gesagt, jetzt in naher Zukunft hier klimaneutral zu produzieren und zu werden. Also, sehr spannend. Da haben die ja eine eigene Tochtergesellschaft hier gegründet. So, dann schauen wir mal nochmal ganz kurz hier in den, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt hier der Full Year Report, also die Results von Financial Year 22. Der Geschäftsbericht sozusagen, ja. Das ist dann der hier. Der ist auch sehr, sehr schön zu lesen und sehr gut aufgemacht, ja. Macht richtig auch Spaß, hier das sich anzugucken. Und da sieht man, sieht man hier eben auf Seite 4, Global Green Energy and Resources Company, ja. Also, das ist jetzt hier nicht nur hier ein Ressourcen, also hier ein Förderunternehmen, sondern eben wird auch hier Green Energy, ein Green Energy Unternehmen, ja. Kann natürlich auch gut sein, dass die dann irgendwann mal diese Wasserstoffsparte weiter ausbauen und dann da richtig, richtig auch großes Geschäft künftig damit machen wollen, ja. So habe ich das auf jeden Fall verstanden, dass die hier jetzt da auch Ressourcen da jetzt in dieses Geschäftsfeld, in dieses grüne Geschäftsfeld auch reingeben. So, und dann hier, das ist auch, da hier werden eben die Key Facts alle sehr schön dargestellt, ja. Das ist also sehr, sehr übersichtlich gemacht, sieht gut aus, gefällt mir sehr gut, ja. Sehr spannend. Es ist halt immer hier diese ganzen Abkürzungen, die die jetzt hier haben, ja. Das ist hier alles so ein bisschen auch, hier, T-R-I-F-R. Das ist also alles auch ein bisschen hier, das könnte man vielleicht noch ein bisschen schöner machen, ja. Da muss man sich erstmal hier damit beschäftigen, was das hier alles sein soll, ja. Aber, okay, sei es drum. Da muss man sich halt ein bisschen damit beschäftigen. Ja, zum Beispiel diese W-M-T, ja. Das W, das heißt Weed, ja. Da gibt es auch noch D-M-T, das heißt dann Dry. Also es gibt nasse Tonnen, ja, oder feuchte Tonnen. Und dann auch noch trockene Tonnen, ja. Das ist dann hier, je nach Feuchtigkeitsgehalt des Erzes, wird dann nochmal unterschieden zwischen Dry-Tons und Weed-Tons. Ja, also das ist alles ein bisschen hier auch gewinnungsbedürftig, aber muss man sich eben auch ein bisschen reinfuchsen hier, ja. So, und jetzt hier, was noch interessant ist, ja. Also sie haben 15 Prozent, stellen die jetzt hier Aborigines ein, ja. Also hier die Ureinwohner, da achten die sehr drauf, ja. Auf ein gutes Verhältnis sozusagen mit den australischen Ureinwohnern, mit den Aborigines. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Also insgesamt würde ich sagen, echt ein tolles Unternehmen. So, jetzt schauen wir uns mal hier die Umsätze an. Ja, das ist jetzt hier Umsatz versus EBITDA von Fortescue. X 2018, ja, da sehen wir hier also eine ansteigende Kurve. Das ist hier sogar ziemlich, ziemlich stark ansteigend. 2018, 19, 20 bis 21, ja. Kein Corona-Loch zu sehen, gar nichts hier. Und dann jetzt hier 2021, 22, fällt es hier wieder ab. Ja, werden wir gleich nochmal weiter analysieren. EBITDA ist jetzt hier, entwickelt sich unauffällig, also parallel sozusagen zum Umsatz. EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, das ist der Umsatz, minus die operativen Kosten, also die mit dem Geschäft zusammenhängen, ja. Keine Abschreibungen, keine Steuern und so weiter. So, wenn man das jetzt hier mal vergleicht, diese Umsatzentwicklung, ja, hier mit dem, ich habe hier rechts mal herauskopiert, den Eisenerz-Chart, ja, in US-Dollar, ja. Und zwar hier jetzt gerade mal diese Entwicklung 2020, 21, 22, ja, die sieht man dann hier auch eingekreist. Da sieht man eben, dass natürlich das mitgeht mit dem Eisenerz-Preis, ja, ist ja völlig klar, ja. Also, das ist jetzt hier nicht eine Mengengeschichte, sondern einfach eine Preisgeschichte, ja. Also hier das Eisenerz ist 2020, 2021 gestiegen bis Mitte 21 und dann ist es eben hier krass hier abgefallen. Und das findet man eben hier im Grunde auch wieder. Dann ist es hier nochmal angestiegen, wieder abgefallen. Das sehen wir dann hier, hier abgebildet, ja, diesen Eisenerz-Preis. Also, nichts Verdächtiges, würde ich sagen. So, und jetzt hier sehen wir nochmal Umsatz versus Nettoergebnis. Nettoergebnis sind dann Umsatz minus alle Kosten, ja. Und da sehen wir jetzt hier auch eine parallele Entwicklung. Also auch nichts Unauffälliges, äh, nichts Auffälliges, würde ich sagen. Okay. So, hier ist jetzt der Aktienkurs von Fortes QX 2008. Ja, das sehen wir jetzt hier, hat sich jetzt hier von 8 bis 18, ja, so mehr oder weniger auch, ich würde jetzt nicht sagen auf einem Niveau entwickelt, aber er ist jetzt nicht, nicht unglaublich stark geschwankt. Obwohl natürlich hier zum Beispiel, da waren wir hier mal bei 1 gewesen und dann hier rauf auf 5. Das ist natürlich jetzt hier 400 Prozent, ja, das ist natürlich schon heftig. Aber ich sage mal, äh, im Vergleich zu diesem Anstieg hier, ex 2018, ja, war das hier Kindergeburtstag, ja. So ab 2018 ist der Kurs ja richtig raufgegangen, ja. Von 2 auf 17 in der Spitze. Jetzt, äh, seit hier, was ist das jetzt hier, 20 oder so, konsolidiert er jetzt hier, ja. Ja, also das ist hier eine ganz ziemlich krasse Entwicklung, ja. Und das ist jetzt hier, habe ich hier nochmal verglichen, ja, hier rechts der Eisenerzpreis und hier jetzt Fortes Q auf der linken Seite. Da sehen wir jetzt hier die Entwicklung, äh, ex 2011 circa. Ja, und da folgt eben die Entwicklung, äh, von Fortes Q natürlich weitgehend hier diesem Eisenerzpreis, ja. Wobei man jetzt Folgendes feststellen muss. Fortes Q hat einen, hat Long, also im, äh, positiven Bereich, ja, im Long-Bereich, äh, einen ziemlich deutlichen Hebel gegenüber Eisenerz, ja. Ja, also wenn man hier jetzt mal vergleicht, Entwicklung 2015 bis hier, äh, 2020, ja, das sehen wir jetzt hier, eine Steigerung bei Fortes Q von 1.600 Prozent, ja. Und beim Eisenerz waren es 450 Prozent, so, da sehen wir also hier einen, äh, fantastischen Hebel bei Fortes Q, ja. Würde ich aber, würde ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich jetzt mich, äh, in Eisen engagieren würde, würde ich auf jeden Fall, äh, statt das Erdsteuer, hier zu kaufen, ja, irgendwie ein Future, auf das Erdsteuer, würde ich dann lieber hier, äh, Fortes Q wählen, ja, mit einem viel höheren Hebel. So, und jetzt im, im, im Short-Bereich, ja, also im, äh, südlichen Bereich, da sind beide gleich. Da entwickelt sich Eisenerz und Fortes Q haben, äh, hier von der Spitze hier, äh, 2011 bis, äh, 2016, ja, hier auch, 11 bis 16, haben beide ca. 80 Prozent, äh, abgenommen. Also, nach, nach Norden hin starker Hebel und nach Süden hin in etwa gleich. Okay. So, hier sehen wir nochmal das ganze X 2017. Ja, ein Anstieg von 2 auf 17 und jetzt hier eine ziemlich, äh, große Konsolidierungszone, ja, das ist jetzt hier nochmal von 17 auf 9 wieder zurück, ja, das ist jetzt hier fast 50 Prozent erstmal wieder eingebrochen, jetzt ist es dann wieder angestiegen. Und jetzt konsolidiert sich das hier so aus, ja, also das, das sieht jetzt noch nicht, äh, noch nicht so wahnsinnig, äh, dramatisch aus, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, da hat sich jetzt so, also bildet sich so technisch gesehen, ja, also rein technisch jetzt hier so eine Art Keil, ja, also der, der, der Kurs, der wird jetzt hier so immer weiter zusammengequetscht, würde ich sagen. Also, es ist schwer zu sagen, wie das hier weitergehen wird, ja, also das, ich würde da jetzt nichts drauf verwetten, dass es jetzt hier weder nach Süden noch nach Norden, das sieht, das sieht mir jetzt, das kann man jetzt irgendwo ganz schlecht sagen, ja, wie das weitergehen wird. Ich würde sagen, eine Entscheidungsmarke ist, ähm, bei der ca. 9, ja, wenn er hier bei 9, wenn er da Richtung Norden geht, da könnte er, dann hat er auf jeden Fall wieder Luft bis, äh, bis mindestens, äh, ca. 14, ja, wenn er aber hier die 9 unterscheidet, hier, ja, dieses Tief hier bei ca. 9, wenn das hier jetzt per Wochenschluss unterschritten wird, dann bietet sich, dann gibt es Potenzial nach Süden, ja, da wäre ich also ein bisschen vorsichtig. Würde ich da jetzt einsteigen? Ich persönlich würde da jetzt nicht einsteigen, würde ich nicht machen, aber das ist jetzt hier, das sage ich jetzt zu mir selbst, ja, das ist jetzt hier keine Empfehlung und, äh, gar nichts, okay. Okay, so, das soll es dann heute jetzt gewesen sein, ja, zu dem, ähm, Unternehmen Fortescue, ein sehr spannendes, ja, und ein, ein wirklich auch sympathisches, würde ich sagen, auch australisches, äh, Bergbauunternehmen, würde ich sagen. Tschüss, ciao und servus. Goodbye.